Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 2541 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Kein Wunder, dass Sie nicht mehr richtig hören können. Das Ohr ist voller Ohrenschmalz. Kein Wunder, dass Sie nicht mehr richtig hören können. Das Ohr ist voller Ohrenschmalz. Kein Wunder, dass Sie nicht mehr richtig hören können. Das Ohr ist voller Ohrenschmalz. Ich bin froh, dass ich mich damals für diesen erfolgreichen Weg entschieden habe. Ich bin froh, dass ich mich damals für diesen erfolgreichen Weg entschieden habe. Ich bin froh, dass ich mich damals für diesen erfolgreichen Weg entschieden habe. Meine Mutter kann viel besser backen als ich. Deshalb überlasse ich ihr den Platz in der Küche. Meine Mutter kann viel besser backen als ich. Deshalb überlasse ich ihr den Platz in der Küche. Meine Mutter kann viel besser backen als ich. Deshalb überlasse ich ihr den Platz in der Küche. Kann ich hier auch kleinere Beträge mit meiner Kreditkarte bezahlen? Kann ich hier auch kleinere Beträge mit meiner Kreditkarte bezahlen? Kann ich hier auch kleinere Beträge mit meiner Kreditkarte bezahlen? Ich bin heute Morgen noch alleine im Büro, weil meine Kollegen nicht so früh aufstehen wie ich. Das ist schon ein sehr guter Anfang. Du bist der richtige Mann am richtigen Platz. Das ist schon ein sehr guter Anfang. Du bist der richtige Mann am richtigen Platz. Irgendwelche neuen Nachrichten von Lea? Was hat sie heute online veröffentlicht? Irgendwelche neuen Nachrichten von Lea? Was hat sie heute online veröffentlicht? Wir sind auf dem Weg zur Meisterschaft. Auch dieses Spiel haben wir wieder gewonnen. Wir sind auf dem Weg zur Meisterschaft. Auch dieses Spiel haben wir wieder gewonnen. Das sehe ich gerne. Du bist genau auf meiner Linie. Der Münzexperte benutzt eine Schieblehre. Der Münzexperte benutzt eine Schieblehre. Der Münzexperte benutzt eine Schieblehre. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Noch ein Punkt und ich habe gewonnen. Noch ein Punkt und ich habe gewonnen. Mein Blutdruck muss kontrolliert werden. Ich messe ihn jeden Morgen. Mein Blutdruck muss kontrolliert werden. Ich messe ihn jeden Morgen. Der Regen macht mir nichts aus. Ich habe einen durchsichtigen Regenschirm. Der Regen macht mir nichts aus. Ich habe einen durchsichtigen Regenschirm. Anna geht mit ihren Plänen zu Robert in den zweiten Stock. Auch wenn du es nicht magst, dass ich dich eincreme. Wir müssen dein Gesicht mit Sonnencreme schützen. Auch wenn du es nicht magst, dass ich dich eincreme. Wir müssen dein Gesicht mit Sonnencreme schützen. Das solltest du dir anschauen. Dieser lustige Film wurde heute veröffentlicht. Das solltest du dir anschauen. Dieser lustige Film wurde heute veröffentlicht. Dieses Shampoo kannst du heute exklusiv ausprobieren. Kann ich dir beim Aufbau des Zeltes helfen? Kann ich dir beim Aufbau des Zeltes helfen? Kann ich dir beim Aufbau des Zeltes helfen? Seitdem die Heizung abgestellt ist, friert auch der Hund. Deshalb habe ich ihm eine warme Decke gegeben. Wir haben uns sehr gefreut, als wir erfuhren, dass wir den Großauftrag erhalten haben. Wir haben uns sehr gefreut, als wir erfuhren, dass wir den Großauftrag erhalten haben. Wir haben uns sehr gefreut, als wir erfuhren, dass wir den Großauftrag erhalten haben. Ich bin auf den Regen vorbereitet. Ich bin auf den Regen vorbereitet. Ich bin auf den Regen vorbereitet. Die Hanteln hätte ich auch selbst bestellen können. Du hast mir gezeigt, wie es geht. Die Hanteln hätte ich auch selbst bestellen können. Du hast mir gezeigt, wie es geht. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Die Hanteln schütze dich. Und dann schütze dich. Vielen Dank.